Bibiana Steinhaus wird ab der kommenden Saison als erste Frau Bundesligaspiele pfeifen. Neben drei weiteren Neulingen ist die 38 Jahre alte Polizeibeamtin aus Hannover auf einer Sitzung des DFB-Präsidiums ernannt worden. Bislang hatte Steinhaus lediglich in der zweiten Liga gepfiffen. Im Fußball-Oberhaus war sie regelmäßig als vierte Offizielle im Einsatz.